Schalke 04 steht mit dem Rücken zur Wand. Seit 24 Spielen gab's keinen Bundesligasieg mehr. Das ist richtig bitter. Neu auf der Trainerbank sitzt Manuel Baum, ein Fußballlehrer, der immer ne Taktik-Tafel beim Training mit dabei hat. Theoretisch ergeben viele Ideen von ihm Sinn, aber das Problem ist die Umsetzung. In sechs Spielen hat er magere drei Punkte geholt. Lass uns mal die Schalke-Taktik unter die Lupe nehmen. Was ist gut, was ist schlecht? Und ich zeig euch, auf was ihr beim nächsten Spiel achten könnt. Also, los geht's. Eine Sache vorneweg, mir ist wichtig, die Dinge sehr simpel zu erklären. Also, wenn ihr keine Taktik-Experten seid, keine Sorge, ihr werdet hier trotzdem alles verstehen. Wenn ihr dieses Format mögt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann weiß ich, dass dieses neue Format auch gut ankommt. Dann wird's es öfters geben. Ihr habt im Community-Tab ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel diese hier. Wie hat sich die Taktik jetzt im Vergleich zu Wagner verändert? So, zu Beginn der Saison hatte S04 vor allem ein Problem. Eine wackelige Defensive. Schauen wir uns das kurz mal an. Die Idee von Ex-Trainer David Wagner war, aggressiv den Ball hinterherjagen, hochstehen. Die vierte Abwehrkette stand fast auf Höhe der Mittlinie. Aber es gab einfach zu große Lücken. Und oft schlug der Gegner deshalb den Ball über die Abwehrkette in den feinen Raum. Das Problem, die Verteidiger kamen den Flügelstürmern einfach nicht hinterher. Tja, alleine gegen den FC Bayern fielen so vier Gegentore. Grundsätzlich gilt, die Verteidiger von Schalke sind viel zu langsam. Osan Kabak hat einen Topspeed von 30,6 kmh. Zum Vergleich, ein Flügelstürmer kommt in der Regel mit 34 kmh angesprintet. Kurz gesagt, die Spielidee war zum Scheitern verurteilt. Das Pressing war zu verhalten, man kam nicht in die Zweikämpfe. Mehr dazu gleich. Ein ganz wichtiger Punkt. So, die Aufgabe von Manuel Baum war, Schalke zu stabilisieren. Blicken wir mal drauf. Neu ist eine 5-3-2-Grundformation. Auffällig ist, mit einem zusätzlichen Innenverteidiger wird in der Mitte dichtgemacht. Mehr Stabilität soll das bringen. Deutlich defensiver und tiefer steht Schalke. Der Gegner schafft es nicht mehr so leicht, einen langen Ball über die Abwehr zu heben. Der freie Raum vor dem Tor ist kleiner. Der Torhüter kann also rein theoretisch rauskommen und sich den Ball schnappen. Also ja, Schalke hat jetzt mal Reaktionen gezeigt. Die Zahlen zeigen, in den letzten sechs Bundesligaspielen gab's nur, in Anführungszeichen, fünf Gegentore aus dem Spiel heraus. Das ist deutlich besser als davor. Also ja, hier gibt's schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem, die Verunsicherung von Schalke ist ganz klar zu spüren. Manuel Baum versucht den Spielern zu helfen. Stichwort In-Game-Coaching. An der Seitenlinie redet er viel. Da gibt's auch eine passende Frage. Wie gut ist dieses In-Game-Coaching wirklich? Hm, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Das Pressing, sprich die Arbeit gegen den Ball. Da ruft Baum oft Druck. So will er die Spieler aufrütteln. Schalke spielt meistens ein Mittelfeldpressing. Drei Schritte vor dem Mittelkreis beginnt die Zone. Sobald der Gegner mit dem Ball da drin ist, wird er attackiert. Und deshalb ruft in dem Moment Baum Druck. Wichtig ist, jeder Schalker muss mitmachen. Die Spieler wissen, jetzt muss ich loslegen. Das sind die absoluten Basics im Pressing. Aber ob das wirklich hilft? Ich bin da ein bisschen skeptisch. In der Bundesliga muss das ein Spieler eigentlich selbst können, ohne dass der Trainer draußen jeden einzelnen Schritt vorgeben muss. Aber mei, das ist nur meine Meinung. Das Ziel ist, entweder den Ball erobern oder den Gegner zu Fehlern zwingen. Bis jetzt klappt das eher selten bis gar nicht. Gegen den VfL Wolfsburg hat man sehr schlecht verteidigt. Keine Struktur war da zu sehen. Die Folge? Lücken entstanden und der Gegner kreierte Chancen. Schnell stand es 0 zu 2 und das Spiel war eigentlich da schon vorbei. Marc Uth war danach richtig fix und fertig und sagte, Zitat, Wir werden hergespielt, wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät. Wir kommen nicht einmal in die Zweikämpfe rein. Ich weiß nicht, wie man so ein Spiel gewinnen soll. Uth hat auch gemeint, am liebsten würde er in der Kabine weinen. Der Satz zeigt, im Kopf sind sehr viele Zweifel. Und das ist logisch. Ein Problem ist, die Spieler antizipieren schlecht. Sie reagieren zu langsam. Manuel Baum will exakt das verbessern. Er findet nämlich, Antizipationen kann man lernen. Ganz simpel, im Training sollen die Spieler zum Beispiel darauf achten, wohin der Gegner am Ball schaut. So sieht man meistens, wohin der Ball gepasst wird. Und zack, kann man sich in diese Richtung bewegen und ist näher am Gegner. Das ist auch bitter nötig. Ohne ein gutes Pressing kriegst du den Ball einfach nicht beziehungsweise kannst auch keine Tore schießen. In der Bundesliga ist das nötig, um am Ende natürlich zu überleben. Klar ist jedoch auch, der Anspruch von Schalke ist es nicht nur zu mauern. Man will selbst aktiv sein und nach vorne spielen. Dazu passt die Frage, wie versucht Schalke 04 Tore zu erzielen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aus dem Spiel heraus geht gar nichts. 0 Bundesliga-Tore hat Schalke Unterbaum selbst erzielt. Also, man braucht einen Plan B. Standardsituationen. Das ist die größte Stärke. Da gibt's verschiedene Varianten. A, die individuelle Qualität, ein direkter Freistoß zum Beispiel. Marc Uth hat ne Menge Gefühl im linken Fuß. Im Spiel bei Mainz 05 hat er den Ball unhaltbar ins Eck geschlenzt. Und B, ne einstudierte Variante. Einen indirekten Freistoß gegen den VfB Stuttgart will ich euch da zeigen. Achtet da mal ganz hinten auf den blauen Punkt in der Kette. Die 33 Malik Chao. Er steht etwas nach hinten versetzt. Die Folge, kein Verteidiger ist ihm zugewiesen. So gerät er dann aus den Augen. Can Bostogan neben ihm zieht die komplette Aufmerksamkeit auf sich. Und dieser Plan geht komplett auf. Chao läuft mit viel Tempo nach vorne. Völlig unbedringt. Setzer zum Flugkopfball an. Zack, Tor. Ne richtig gute Aktion. Schon seit Jahren hat Schalke dieses Ass im Ärmel. So ist man am Ende auch Vizemeister geworden. Aber, kurios ist, die größte Stärke ist mittlerweile die größte Schwäche geworden. Die Königsblauen kassieren einfach zu viele Standard-Gegentore. Insgesamt fünf per Eckball seit Manuel Baum da ist. Da sind die Spieler zu schläfrig. Die Zuordnung fehlt. Der Gegner ist oft in Unterzahl. Schaut euch das 1 zu 0 des VfL Wolfsburg an. Die Wölfe sind zwei Mann weniger, kriegen aber trotzdem den Ball und netzen ihn am Ende ein. Dazu kommt, zweite Bälle werden schlampig verteidigt. Und vier Gegentore per Elfmeter. In Zweikämpfen stellt man sich blöd an, die Spieler sind dazu ungestüm. Und ehrlich, Leute, wenn Schalke in fast jedem Spiel einen Elfmeter kassiert, ist das nicht die Schuld des Schiris? Nee, da sollte man sich mal an die eigene Nase fassen. Das ist zumindest meine Meinung. Lasst uns darüber diskutieren. Ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Die Gefahr ist, in Rückstand zu geraten. In Mainz ist das gleich zweimal passiert. In der aktuellen Krise ist das der absolute Worst Case. Und das bricht dir regelmäßig das Genick. Blicken wir jetzt mal in die Zukunft. Da kam eine weitere sehr gute Frage. Und zwar, was muss sich ändern, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt? Ganz simpel, der Spielaufbau muss besser werden. Aktuell wird fast nonstop ein langer Ball nach vorne geschlagen. Das komplette Mittelfeld wird so überspielt, weil sich viele Spieler verstecken bzw. auch Angst vor den Fehlern haben. Das Ziel ist Gonzalo Paciencia. Er soll sich den Ball schnappen und dann schnell weiterleiten. Oder eben die nachrückenden Spieler mitnehmen. Also kurz gesagt, das ist Umscheidfußball. Aber, und das ist jetzt eine wichtige Frage an euch, hat Schalke dafür die richtigen Spieler mit hoher Qualität im Kader? Ich finde, nie, haben sie nicht. Marc Uth verschleppt das Spiel. Er ist halt kein Flitzer, der für diesen Stil nötig ist. Schalke kriegt so nicht hin, gute Chancen zu kreieren. Gegen Mainz hat man nur dreimal direkt aufs Tor geschossen. Die restlichen Schüsse gingen weit vorbei. Gegen Union Berlin sah's genauso aus. Nur vier Torschüsse gab's. Dazu kommt, Top-Teams kann man so einfach nicht ärgern. Der Spielstil ist so durchschaubar. Die Lösung wäre ein flexibler Spielaufbau durch die Mitte, inklusive Kurzpässen. Manuel Baum ruft ja auch immer wieder anbieten. Ich glaube, er will das auch sehen. Also Stichwort Kombinationsfußball. Das Ziel ist, mindestens zwei Anspielstationen sollte der Mann am Ball haben, sprich Dreiecke bilden. Aber aktuell sieht es eher so aus. Kapitän Ober-Maskarell bekommt den Ball. Er will ihn weiterspielen. Das Problem, niemand ist frei. Die Mitspieler verstecken sich. Oft stehen sie im sogenannten Deckungsschatten, sprich hinter dem Gegner. Sie laufen sich nicht frei, beziehungsweise agieren zu mutlos. Die Folge, Mascarell weiß nicht, was er machen soll und passt deshalb lieber wieder nach hinten. Das wirkt einfach komplett ideenlos. So Leute, achtet beim nächsten Spiel genau darauf. Wie viele Bälle kommen durch die Mitte zum Kollegen? Wie viele Pässe in Folge kriegt Schalke hin? Potenzial wäre da. Suat Serdar ist ein richtig guter Verteiler. Marc Uth ein Kreativkopf. Bis jetzt klappt das aber noch zu selten. Klar, das liegt natürlich auch an der Verunsicherung. Man traut es sich nicht, denn Fehler könnten passieren. Solange man das nicht in den Griff bekommt, wird es super, super schwierig, wieder Siege einzutüten. Ziehen wir jetzt mal ein Fazit. Dazu passt auch die Frage, ist Baum der richtige Trainer und erkennst du einen positiven Wandel in der Mannschaft? Ich bin da hin und her gerissen. Positives? Als Fußballlehrer kann er simpel die Taktik erklären, damit es jeder kapiert. Bei einem Lehrgang hat er mal erzählt, als ein Spieler eine Anweisung nicht verstand, stellte sich Baum auf dessen Position und sagte, komm Junge, lauf hinter mir her. Sprich, Baum zeigte ihm, wie er die Position interpretieren sollte. Am Ende hatte Baum Blute gehacken, weil der Spieler ab und zu gegen ihn gelaufen ist. Aber dieser Trick hat geholfen. Im Training bei Schalke muss er die Dinge wiederholen. Automatismen sind wichtig. Die Spieler sollen im Schlaf wissen, was sie zu tun haben. Genau das fehlt zurzeit. Negatives? Manuel Baum fehlen die Emotionen. Sachlich kann alles top erklären. Die Frage ist nur, ob er die Spieler wachhütteln bzw. motivieren kann. Hier braucht er die Hilfe von Co-Trainer Naldo. Wichtig ist, dass jetzt ein Feuer entfacht wird. Theoretisch geht die Formkurve so ein bisschen nach oben. In der Baumtabelle, sprich, seit der Trainer ist, steht Schalke auf Platz 15. Aber zuletzt gab's halt schwächere Gegner bzw. welche, die so ungefähr auf Augenhöhe waren. Gegen Union Berlin, den VfB Stuttgart oder Mainz 05 hätte es mindestens einen Sieg geben müssen. Aber den gab's halt nicht. Jetzt warten richtige Kracher. Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Da Punkte zu holen, wird verdammt schwer. Geduld braucht Schalke, um wieder in die Spur zu kommen. Mut machen mir vor allem zwei Sachen. Erstens, nach Rückständen bricht man nicht mehr ein. Und zweitens, ne Systemumstellung mit Viererkette brachte gegen den VfL mehr Dynamik ins Spiel. Interessant ist, Baum hat den Jungs die Umstellung nahegelegt. Das heißt, er hat sie mit ins Boot geholt und gefragt, wollt ihr da spielen? Fühlt ihr euch damit wohl? Das zeigt, was für ein Typ er ist. Auf Augenhöhe spricht er mit den Jungs. Vielleicht kommt so auch wieder Sicherheit rein. Abschreiben würde ich Schalke 04, jetzt definitiv noch nicht. Zum Abschluss hab ich dann noch den Jogilöw-Rap 2.0 für euch von den Kollegen von Wumms. Da duelliert er sich mit Lothar Matthäus. Hier ist es verlinkt, zieht es euch rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich Gut Kick, haut rein und ciao. Und wiedersehen mit Chau. Und wiedersehen. Und über